Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Der europäische Hamster, bekannt als ein Mitglied der Hamsterfamilie, zeichnet sich durch sein kräftiges Körperbau, kurze Gliedmaßen und ein Fell aus, das oben braun und unten schwarz ist. Die Seiten, Wangen und Bereiche hinter den Ohren weisen gelblich-weiße Flecken auf, während die Füße weiß sind. Es gibt auch vollständig schwarze Individuen oder solche mit weißem Haaranteil. Diese Tiere verfügen über spezielle Backentaschen zum Sammeln von Nahrung und können in manchen Regionen als ernsthafte Schädlinge für Kulturen betrachtet werden. Europäische Hamster erreichen eine Körperlänge von 30 bis 34 cm mit einem Schwanz von 3 bis 6 cm Länge. Ihr Gewicht variiert zwischen 400 und 700 Gramm. Sie können bis zu 8 Jahre alt werden. Ihr dichtes Fell schützt sie effektiv gegen die Kälte in ihren Lebensräumen. Hamster ernähren sich von grünen Pflanzenteilen, Samen, Insekten und Schnecken. Sie legen unterirdische Vorratskammern an, in denen sie bis zu mehrere Kilogramm Körner für den Winter speichern können. In der Nahrungskette dienen Hamster als Beute für verschiedene Raubtiere, einschließlich Eulen und Füchse, was ihre Rolle in ihrem Ökosystem unterstreicht. Diese Hamsterart bewohnt offene Felder, Graslandschaften und Wiesen. Sie sind in den Steppen Osteuropas und Westasiens, sowie auch in Polen verbreitet. Hamster bevorzugen Gebiete mit tiefen Böden, in denen sie komplexe Tunnel mit Vorrats- und Schlafkammern graben können. Ihre Präsenz auf einem Feld kann anhand der hohen Erdhaufen, die sie anlegen, erkannt werden. Diese Tiere leben in der Nähe von Weizenfeldern und anderen Kulturen, was ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume zeigt. Sie sind in der Nähe von Weizenfeldern und in der Nähe von Weizenfeldern, die sie anlegen, erkannt werden. Sie sind in der Nähe von Weizenfeldern, die sie anlegen, erkannt werden. Sie sind in der Nähe von Weizenfeldern, die sie anlegen, erkannt werden.